Kino Berlino zeigt Kurzfilme im AlexTV. Metafilm ist groß im Kommen. Clemens und David haben sich ein doppeltes Spiel, ein Spaß darauf gemacht. Erinnert ihr euch noch an die kleinen Matroschkas? Sonja Dimitrov und Isaac Demartin haben sie zum Leben erweckt. In Awakening. Scheidungskinder haben's nicht leicht. Platte Wahrheit, aber trotzdem. Sehr anschauenswert von Rita Rutte. Welche Geräusche umgeben uns Tag für Tag? Heuchtereien in Valerie Lists und Florian Eivels Film Ohr. Geister, Dämonen und viel Hokus Pokus erwarten euch in Psychic Zoo von Dave Lueck. Bunte Bilder, Lichter, Musik, alles schön durchgezwirbelt. In the Great Plains region, Friction.